Der Echo, Volksmusik etc. Schlager gut vertreten, finde ich. Eine Sache, hier dabei zu sein. Ich halte eine Laudatio für den Newcomer-Show heute. Hören wir mal so gesamt drüber streifen, wer ist aus ihrer Sicht? Viele Topstars, aber mein persönlicher ist natürlich meine Freundin. Von daher näher den Namen. Freundin, gutes Stichwort. Sie haben sie nicht mitgebracht heute? Doch, sie täppe ich, dann wieder spät nach Hause. Stichwort Promi-Trennungen. Ich halte es sonst sehr privat, aber sie ist nominiert heute in zwei Kategorien und ich... Nicht einfach ist als Prominente, als Prominentenpaar, wie sie damit umgehen werden, und bei uns verhalten, damit es bei uns weiter funktioniert. Ach, da muss ich niemanden gedanken. Heute sind sehr, sehr selten und ich bin heute mehr der Privat... Der Echo, Volksmusik etc. Schlager gut vertreten, finde ich. Eine Sache, hier dabei zu sein. Ich halte eine Laudatio für den Newcomer-Show heute. Hören wir mal so gesamt drüber streifen, wer ist aus ihrer Sicht? Viele Topstars, aber mein persönlicher ist natürlich meine Freundin. Von daher näher den Namen. Freundin, gutes Stichwort. Sie haben sie nicht mitgebracht heute? Doch, sie täppe ich, dann wieder spät nach Hause. Stichwort Promi-Trennungen. Ich halte es sonst sehr privat, aber sie ist nominiert heute in zwei Kategorien und ich... Nicht einfach ist als Prominente, als Prominentenpaar, wie sie damit umgehen werden, bei uns verhalten, damit es bei uns weiter funktioniert. Ach, da muss ich niemanden gedanken. Heute sind sehr, sehr selten und ich bin heute mehr der Privat... Ach, da muss ich niemanden gedanken. Heute sind sehr, sehr selten und ich bin heute mehr der Privat...